Ich bin von schönem Boden! Ich soll aus der Budde hier wieder selbstmächliche Bauhausen machen! Dreh ab, hab ich gesagt! Du warst ja ein richtiger Star! Du warst ein Boxer! Ja, das ist ein Beruf, wie jeder andere auch. Man versucht frühzeitig Feierabend zu haben und ohne einen Traumschau nach Hause zu bringen. Doch, bist du bescheuert? Jetzt kapieren, wenn er das Messer im Bauch hat und wenn er durchkommt, kann er immer denken, Jojo, hab ich was kapiert, die geht für acht Jahre ins Gefängnis. Das wär's gewesen, hast du verstanden. Das ist wie im richtigen Leben. Du musst dich schützen. Regel Nummer eins. Und dann immer in Bewegung bleiben. Bewegung! Geist du wirst? Ja, es war so. Ich bin ein